Oh, die riechen noch frisch nach Holz. Die sind wirklich nicht blöd. Man hat Videos gesehen und wie sind die Leute reingekommen, wenn alles zu ist. Ich weiß ganz genau, was ihr vorhabt. Vielleicht ist gerade jetzt ein Kontrollgang. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lost Place Abenteuer auf meinem Kanal. Ich bin immer noch gemeinsam unterwegs mit Heiko, den ihr da vorne irgendwo im Bild rumlaufen seht. Wir stehen hier auf einem riesengroßen Klinikgelände. Ich war hier vor einigen Jahren schon mal, da war hier alles zu. Dementsprechend gibt es auf meinem Kanal noch kein Video davon. Und jetzt gerade stehen wir vor dem Haus, wo der ehemalige Eigentümer drin gelebt hat und wohl auch drinnen gestorben ist. Ich bin mal gespannt, was das hier heute wird. In dem Sinne auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Also wir sehen hier vorne auf jeden Fall ein Schild, irgendwelche chinesischen oder japanischen Namen und da oben diese Überwachungskamera, wo wir uns nicht ganz so sicher sind, ob die aktiv ist oder ob das vielleicht auch eine Attrappe sein könnte. Wobei Lupus ist ein bekannter Hersteller. Das sieht nach echt aus. Ist die Frage, ob die noch sendet. Guck dir diese riesen Gebäude an hier. Aber der Weg sieht so aus, als wenn er schon lange nicht mehr befahren wurde oder betreten wurde. Hier vorne haben wir augenscheinlich eine Sporthalle und da irgendwie ein Seiteneingang. Auch wieder mit der Beschriftung. Dieser Bereich wird Video überwacht, aber ich sehe hier nirgendwo eine Kamera. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte hier. Guckt euch das mal an, wie zugewachsen das hier alles ist. Ich glaube, hier hat schon Ewigkeiten keiner mehr Rasen gemäht. Die Halle hier vorne ist jedenfalls eine Schwimmhalle, so wie es aussieht. Man kann das Becken sehen. Soweit ich das sehen kann, aber ohne Wasser. Ach du Scheiße, ist das hier riesig. Heiko, guck dir das mal an, wie riesig das ist. Ja. Und wie friedlich. So, es wird interessant. Hier vorne frische USB-Platten. Man sieht, irgendwann wurde das Fenster zerstört. Hier. Aber das sieht wirklich... Ja, es sieht frisch aus. Oh, die riecht noch frisch nach Holz. Die ist definitiv noch nicht lange hier dran. Das heißt, eventuell kümmert sich doch noch jemand um das Gelände. Da vorne auch eine komplett neue USB-Platte. Und sogar, guckt euch das an, man mag es kaum glauben, an den heilen Fenstern eine Latte, die von innen gegengeschraubt wurde. Also das ist definitiv frisch. Das ist definitiv frisch. Genauso wie da vorne bei der Tür. Da hat man da unten die Scheibe aufgebrochen. Und jetzt ganz, ganz neu eine USB-Platte vorgesetzt. Das Interessante ist, man sieht hier vorne so ein Urbexer Trampelfad und da vorne einen Stuhl, der da steht. Aber, auch wieder ganz interessant, da ist irgendwas vor dem Fenster. Oder wie seht ihr das? Ja, Fenster ist zu und es wurde irgendwas vorgeschraubt. Dort. Hier vorne haben wir noch so eine Art Glasgang. Und da vorne sieht man auch direkt alles verplattet. Frisch verplattet. Also das ist wirklich bemerkenswert, wie frisch die USB-Platten sind. Hier vorne ist alles plattgetreten. Und auch alles zu. Selbst dahin, das kleine Fenster ist verplattet. Also im Inneren des Gebäudes scheint auch nicht mehr so ganz viele Einrichtungen vorhanden zu sein. Ich hoffe mal, ihr könnt es einigermaßen auf den Aufnahmen erkennen. Ich zoome jetzt mal ein bisschen ran, um die Spiegelungen so ein bisschen auszublenden. Da vorne steht eine alte Holzkommode und eine alte Lampe. Aber ansonsten ist hier alles größtenteils leer. Schaut mal hier. Man sieht richtige Fußabdrücke im Inneren des Gebäudes. Und ich glaube, jeder, der hier war, jeder, der das Ganze erkunden wollte, hat versucht, jeden Weg irgendwie aufzumachen, der nur aufzumachen ist. Vielleicht durch den Keller durch, Platten hochgenommen. Aber wie ihr seht, alles verschlossen. Hier hat man versucht, die Scheibe einzuschlagen. Aber Heiko hat da gerade was Interessantes gefunden. Und zwar ein offenes Fenster. Ich frage jetzt, ob es dahinter weitergeht. Die Frage ist, ob es dahinter weitergeht, korrekt. Die Tür könnte nämlich auch einfach abgeschlossen sein. Das gilt es herauszufinden. Abgeschlossen. Ich hab mir jetzt was gedacht. Abgeschlossen. Komplett. Keine Chance. Dicht. Komplett. Die sind wirklich nicht blöd. Dann ist das wahrscheinlich frisch aufgemacht. Es ist so merkwürdig hier alles. Also es ist größtenteils leer, das Gebäude. Aber es ist natürlich trotzdem interessant, weil man sieht ja Videos von hier. Man hat Videos gesehen und wie sind die Leute reingekommen, wenn alles zu ist. So, hier vorne müssen wir aufpassen, da ist die Straße und das ist die Seite, die von der Straße aus erkennbar ist, beziehungsweise ersichtlich ist. Aber auch keine kaputten Scheiben. Aber auch keine kaputten Scheiben. Die kann natürlich auch logischerweise im Inneren hängen kann, aber da müsste man die ja wenigstens vom Eingangsbereich aus sehen. Und das tut man nicht. So, wir drehen jetzt die nächste Runde, diesmal nicht links rum, sondern geradeaus und gucken nochmal auf der anderen Seite des Gebäudes, ob wir da vielleicht einen Eingang finden. Aber ich habe eben gerade schon zu Heiko gesagt, dadurch, dass das hier alles zu ist, kümmert sich auf jeden Fall jemand drum. Und jemand, der sich kümmert, kann ja durchaus auch einen Alarm drin gelegt haben, beziehungsweise einen Alarm irgendwie verteilt haben. Das heißt, wenn man durch spezielle Bereiche durchläuft, könnte ja so eine Art stiller Alarm ausgelöst werden. Ich weiß es nicht. Wir eruieren das Ganze jetzt nochmal. Das ist alles ganz merkwürdig. Also es ist auf jeden Fall damals ein ziemlich schönes Gelände gewesen. Hier ist so ein kleiner Bach. Und ihr seht schon, das ist ein riesengroßes Gelände, denn hier geht so ein kleiner Weg weiter zu der nächsten Brücke. Das heißt, man kommt wahrscheinlich auch auf die andere Seite irgendwie rüber. Aber wir beiden wollen jetzt erstmal sehen, dass wir irgendwie die Gebäuderückseite, also quasi das Gebäude von hinten einmal erkunden. Vielleicht ist dort noch was offen oder wir haben irgendwelche Hinweise, die darauf schließen, was hier wirklich Phase ist. Weil irgendwie taumeln wir momentan ja noch im Dunkeln. Das sieht so ranzig aus hier rechts, wie so alte DDR-Bauten irgendwie. So, hier vorne sind diese merkwürdigen Hütten. Oder besser gesagt die Gebäudeverlängerung irgendwie. Scheiben sind hier auch eingeschleiben. Aber, wie man sehen kann, auch direkt verplattet worden. Da ist sogar richtig Eisen vorgesetzt. Jetzt ist jetzt die Frage, ob hier unten bei diesem Trakt noch irgendwas offen ist. Hier ist auf jeden Fall ein Kellerfenster offen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das im Keller weitergeht. Das ist ja auch schier unmöglich, da reinzukommen, oder? Also da muss man sich ja richtig durchzwängen. Dahinten ist aber auch Ende. Hä? Was ist das denn? Wie ist man denn hier reingekommen? Dahinten geht's nämlich definitiv nicht weiter. Ich vermute mal, dass irgendwie links da noch eine Tür sein muss. Warte, ansonsten hast du keine Chance. Okay, alles klar, es macht Sinn. Die Tür ist in diesen Raum gegangen, weil sonst wäre man ja gar nicht in den Raum reingekommen. Also man kann sehen, der Flur ist komplett leer. Da vorne ist irgendwas Vorgestelltes. Es ist doch merkwürdig. Aber guckt euch mal dieses Riesen, und ich kann es wirklich nochmal betonen, Riesen-Klinik-Gelände an. Ach du Scheiße, hier geht's weiter. Was ist das denn? Heiko sagt's gerade, da unten das Fenster wurde kaputtgeschlagen. Und, naja, ich brauch's nicht sagen, ne? Auch eine USB-Platte davor. Genauso wie da vorne, bei dem Balkon, beziehungsweise unter dem Balkon auch alles komplett zugemacht. Und wirklich frisch zugemacht in unseren Augen. Das ist wirklich unglaublich. Wie viele Scheiben sind hier kaputt gemacht worden schon? Also die gesamte Front hier hat man schon bearbeitet. Das ist wirklich unglaublich. Das ist also, so bescheuert, ey. Frisch, frisch. Ja, definitiv. Da noch richtig schöner Kiefer. Traurig, ganz, ganz traurig. Guck mal, selbst da vorne hat man so eine Holzlatte vorgeschraubt, dass du nicht durch das kaputte Fenster einsteigst. Ja, wahrscheinlich, weil es sonst aufgeht. Ja. Also, kann man ja nicht anders sagen. Oh, ich finde das krass. Das ist halt wirklich mal wieder so ein Härtefall, finde ich. Das ist wirklich so, welches Fenster nehmen wir denn mal? Welches ist denn hier das schönste? Hier da, da müssen wir vielleicht über die Balkonbürste drüber streiten. Ach nee, wir nehmen gleich hier den Eingang. Ist doch viel einfacher. Zack, ein Stein genommen. Was weiß ich vorher. Vielleicht ein Tannenzapfen mit besonders viel Wucht. Das reicht vielleicht auch aus. Also, ich glaube, wir sind gleich rum. Das ist doch, das ist doch nicht normal. Vor allem guckt euch mal diese fetten Schrauben an. Die sind ja von innen reingedreht. Und man sieht vielleicht ganz gut, die Platten sind älter, die ein bisschen dunkler sind. Und das hier vorne, das ist definitiv frisch. Denn auch das riecht noch richtig nach Kiefer. Ach, hier kommen ja noch mehr Gebäude. Das habe ich so gar nicht mehr im Gedächtnis gehabt, ehrlich gesagt. Aber Heiko, du siehst überall Trampelfade, ne? Also, hier ist richtig Bewegung, glaube ich. Ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal kommentarlos hier weiter. Das sieht aus wie gestern Abend zugeschnitten und vor das Fenster geballert. Eigentlich sind hier alle Fenster verplattet. Und die, die nicht verplattet sind, die sind, wie man sehen kann, auch noch intakt. Jetzt stehen wir vor dem Haupteingang. Bereich wird Video überwacht. Aber wo wird er denn Video überwacht? Ich sehe hier nichts. Weder drin, noch draußen. Oder seht ihr hier eine Kamera? Ach so, hier sind die einzelnen Klingelschilder. Strom scheint aber auch nicht mehr zu funktionieren. Also ich glaube, Heiko, hier kümmert sich jemand. Ja, da bin ich mir gar nicht sicher. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das ein ziemlich geiler Ort war. Beziehungsweise, eigentlich ist es ja ein ziemlich geiler Ort. Er ist ziemlich groß. Es gibt sicherlich einiges zu erkunden im Inneren der damaligen Klinik. Aber was nicht auf ist, ist nicht auf. Damit kann man es eigentlich belassen. Und was wirklich faszinierend ist, dass hier überall leere Räume sind und man es doch versucht einzubrechen. Oh, ich bin gleich blind. Wenn ich hier weiter gegen die Sonne laufe. Man sieht da vorne auf jeden Fall, dass dort Licht brennt. Licht im Eingangsfoyer. Vielleicht wartet da jetzt der Security-Typ auf uns und wir laufen dem gleich direkt in die Arme. Nee, oder? Nee, oder? Hier steht die Tür auf. Was ist das denn? Hier brennt das Licht. Heiko, die Tür ist einfach offen. Der Zylinder ist einfach nicht abgeschlossen. Also, beziehungsweise es wurde abgeschlossen, Schlüssel rausgezogen und Feierabend. Okay, Leute. Mit ganz großer Vorsicht betrete ich jetzt hier das alte Klinikgebäude. Hier läuft doch irgendwas. Hier ist alles voller Schlüssel. Hä? Das ist ja ganz merkwürdig. Ich glaube auch, da ist jemand. Da oben läuft, glaube ich, jemand. Ohne Scheiß. Du hörst Schritte von oben. Vielleicht ist gerade jetzt ein Kontrollgang. Das könnte sein. Das würde mich wundern. Stimmt, das macht Sinn mit der Tür. Ja? Das macht Sinn mit der Tür, ja. Guten Tag. Hallo. Grüß Gott. Hallo. Es kamen die Schritte. Wir in den Schockstarre-Modus verfallen. Im Sinne von unschuldig tun. Sie kam. Ich habe sie auf Augenkontakt hergestellt. Ich habe Guten Tag gesagt. Sie hat Guten Tag gesagt. Dann ging sie weiter. Sie war ungefähr hier dann. Dann hat sie plötzlich so einen Zucken im Gesicht gehabt. So ein Grinsen, ne? Und hat auch die ganze Zeit auf uns drauf gestarrt. Sie hat uns durchlöchert mit ihrem Blick. Ja, genau. Sie hat mich durchlöchert. Sie hat dich durchlöchert. Und dann hat sie noch mal Hallo gesagt. Und ich dann noch mal Hallo. Dann ist sie weitergegangen. Sie stand dann ungefähr da vorne beim Schild. Hat sich dann noch mal umgedreht. Und dann hatte sie noch mal ein Gesicht drauf. Also, das war jetzt nicht ein Negativ-Ding. Wie eine Hexe. Wie so ein Ding. Wie... Ich weiß ganz genau, was ihr vorhabt, ihr Schweine. Wir stehen wieder da, wo das Video ursprünglich angefangen hat. Eigentlich war es gar nicht als eigenständiges Video gedacht, sondern als Erweiterung beziehungsweise Ergänzung für den Harztour-Vlog. Aber es war so interessant und so nervenaufreibend, dass wir gedacht haben, es gibt doch noch ein einzelnes Video daraus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr vermutet. Gibt es hier jemanden, der sich kümmert? Ist das mit der Tür vorne vielleicht eine Falle? Mit anderen Worten, ich gehe rein, gehe vielleicht nach oben. Ich habe ja auch Schritte gehört und irgendwie so eine Art Transformator, der gelaufen ist. Ich habe schon zu Heiko gesagt, ich wäre da durchaus alleine reingegangen, aber ich habe so ein bisschen Angst, dass da irgendjemand auf mich wartet, der es vielleicht nicht so lieb mit mir meint und vielleicht auch gar nicht das versteht, was ich ihm sage. Im Sinne von, ich will eigentlich nur Fotos und Bilder machen. Fotos und Bilder machen ist das Gleiche. Videos und Fotos machen. Du musst aber auch überlegen, es kann ja auch ein stiller Alarm sein. Einen Alarm gab es hier auf jeden Fall immer wieder, das hat man auch in anderen Videos gesehen. Und vielleicht haben sie jetzt einen stillen Alarm reingemacht und haben das als Falle so deponiert, dass du erstmal schön reingehst und dann irgendwo im zweiten Gebäudetracht links dritte Tür, da ist der Bewegungsmelder und dann kommen sie. Das kann natürlich auch wirklich sein, dass dann jemand kommt oder hier herfährt und irgendwie sich zutritt zum Gelände verschafft, um dann zu gucken, wo wir uns aufhalten. Ich weiß es nicht. Ich habe Familie zu Hause. Ich wollte mir das nicht alleine antun. Da wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, versteht man nicht, aber deswegen aus dem Grund haben wir auch immer Funkgeräte dabei, falls was passiert, dass wir uns irgendwie helfen können. Und ich glaube nicht, dass die Funkverbindung hier gehalten hätte. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns am kommenden Mittwoch zum nächsten Video wieder. Bis dann, haut rein. Und denkt dran, unbedingt reinschreiben, was ihr zu dieser Location denkt. Ciao. War das mit der offenen Tür vielleicht alles geplant und wir sind einer Konfrontation mit dem Sicherheitsdienst nur knapp aus dem Weg gegangen? Wir sind auf dem Weg gegangen. Wir sind ein paar Jahre alt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020